Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es gleich ein paar McDonald's News aufgetischt, ihr Lieben. Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon gefragt, was ist da eigentlich los mit dem McDonald's Monopoly. Kommt das noch oder kommt das nicht mehr? Und es ist die erste traurige News, denn das McDonald's Monopoly kommt dieses Jahr nicht mehr und auch nicht Anfang nächsten Jahres. Wir können nur hoffen, dass McDonald's Monopoly vielleicht gegen Ende des Jahres 2021 wieder da ist. Denn nach 33 Jahren, ohne Witz, McDonald's Monopoly gibt es schon nach 33 Jahren, hat sich McDonald's dieses Jahr entschieden, es nicht so in der Form zu veranstalten. Und wir können es vielleicht auch alle so ein bisschen nachvollziehen. Das Jahr war scheiße, ist kacke, ist zum Glück endlich bald vorbei. Und da müssen wir leider alle so ein bisschen kürzer treten. Und wahrscheinlich hat sich McDonald's auch deswegen entschieden, Monopoly in diesem Jahr nicht mehr so stattfinden zu lassen. Vielleicht waren es finanzielle Sachen, vielleicht waren es auch andere Hintergründe. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, dieses Jahr findet McDonald's nicht mehr statt. Es kommt also nicht mehr zurück. Aber zurück ist immerhin der Big Rösti. Ist wieder da seit ein paar Wochen, habt ihr wahrscheinlich auch schon längst gesehen. Allerdings auch mit so einem kleinen Wermutstropfen, denn im letzten Jahr konnten wir den Big Rösti noch als Chicken-Variante bestellen. Und das geht dieses Jahr leider auch nicht mehr. Ich habe es vor drei Tagen in McDrive ausprobiert. Es ging leider nicht. Das finde ich sehr schade. Da würde ich mir etwas mehr Flexibilität von McDonald's wünschen, weil es kann doch nicht so ein Riesenakt sein, hier das Fleisch-Pattie gegen Chicken-Pattie auszutauschen. Die werden doch mittlerweile eh immer frisch gemacht, die Burger. Von daher, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch den Big Rösti-Chicken auch zurückwünscht. Da bitte mehr Flexibilität. Und noch eine richtig, richtig positive News hier am Ende bei McDonald's im Frühstück. Ich schaffe es aber nicht zum McDonald's Frühstück. Ich schaffe es nie. Gibt es was Neues? Da hat sich wirklich was Tolles getan. Ihr kennt es vielleicht schon aus England. Ich will immer wieder sagen Hash-Brownie. Es hat aber nichts mit Hash oder Brownie zu tun. Gibt es jetzt einen Hash-Brown. Und der sieht so aus, der Hash-Brown. Richtig. Das ist so ein bisschen wie so ein Kartoffelrösti. Und den gibt es jetzt bei McDonald's zum Frühstück. Und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal nochmal vor 11 Uhr bei McDonald's zu sein und auch zu frühstücken. Ich habe den tatsächlich mal in England damals gegessen vor ein paar Jahren und fand den echt lecker. Deswegen, für mich hat der so ein bisschen geschmeckt wie so ein Kartoffelrösti. Den Hash-Brown jetzt neu bei McDonald's im Frühstück. Und vielleicht gibt es ja in ein paar Tagen auch nochmal den Big Rösti als Chicken-Variante. Und vielleicht kommen auch die Käsegipfel zurück oder irgendwas mit Käse, liebes McDonald's. Lieber McDonald's. Denn so Käse-Ecken irgendwie in der Richtung habe ich auch total vermisst jetzt vor ein paar Tagen. Die gibt es aktuell auch nicht. Aber wer weiß. Hütten-Gaudi 2021 kommt vielleicht noch etwas größer zurück. Würde ich mich sehr freuen, weil nur der Big Rösti in der Variante. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Wir haben schon auf so viel verzichtet in diesem Jahr. Deswegen macht es etwas größer. Ich bin gespannt, was da McDonald's noch so im Petto hat. Wie gesagt, jetzt gibt es den Hash-Brown. So heißt er bei McDonald's zum Frühstück. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.